Mahlzeit! Grüße aus dem Arztdienstbüro zu Oster... Freitag? Ist es Karfreitag? Karfreitag. Genau. Heute kein ordentliches Freitagsvideo, weil es steht jetzt auch nichts an, was man euch sagen sollte. Es gibt einen kleinen Spoiler für Dark Neostorm. Das wurde jetzt alles announced, sag ich mal. Das könnt ihr euch angucken. Vielleicht macht Max auch noch eine Kleinigkeit darüber nächste Woche. Das wissen wir noch nicht ganz genau, wie das Tagesgeschäft durchläuft. Ich drücke jetzt auf den zweiten Account, glaube ich, 3.500 Yugi-Karten durch und ca. 2.000 Pokémon-Karten. Jojo war fleißig die Tage. Ja, wir haben jetzt hauptsächlich hier noch ein bisschen aufgeräumt. Und es ist halt Feiertag, deswegen wird hier auch nicht gearbeitet. Ich wünsche euch ein schönes Osterwesten wahrscheinlich auch. Ja, bleibt so wieder sein. Alex, du wolltest ja wohl schon mal wieder sehen. Da siehst du den Demi jetzt gut. Genau. Und nächste Woche starten wir dann wieder durch. Da werden dann wieder Karten inseriert ohne Ende. Und die Sammlung kam auch schon wieder an, ne? Bis morgen wieder durchsortieren. Das sind 1, 2, 3, 4, 4.000er Boxen schon wieder. Ja, es gibt viel zu tun. Das läuft. Das war so das kleine Feedback von der Woche von uns. War anstrengend, haben aber viel geschafft und war eigentlich auch eine gute Woche. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Team Arzenjens, ne? Hashtag Team AJ. Genau. Nicht wie die anderen, die komischen ja. Ja, ja, ja. Alex mit seiner RTL-Army. Also, das kann man sicher nicht geben, Alex. Also, das ist ja wie Berlin Tag und Nacht oder, ja. Wie heißt das? 0815 Köln. Also, was da... Kommt ja nichts bei euch rum. Also, ich habe geguckt auf euren Account. Es sind immer noch 70.000, die euch fehlen, Jungs. Ja, das ist, weil Alex macht ja halt auch viel sinnlosen Livestream, ne? Was hast du dir erzählt? Er hat bisher gezockt. Ja, ja. Er muss auch seine Frau backen und... Ja. Also, strengt euch mal ein bisschen mehr an da in Berlin. Genau. Ansonsten langweilen wir uns hier irgendwann noch, wenn wir vor euch die 600.000 knacken und wir haben noch nicht mal Ende Mai. Ja? Also, seid mal produktiv über Ostern. Gönnt euch keine Pause. Tschüss. Tschüss.